Danke schön, Karin Miosga. Sie haben die Bilder der Unwetter gerade gesehen, die Folgen davon. Und wenn wir die Gefahren jetzt mal ausklammern, schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter im Ersten, da muss ich mich an dieser Stelle mal verneigen, und zwar vor Benedikt Schmidt. Der hat diese Aufnahme gemacht. Und jetzt schauen wir eben nicht auf die Gefahren, sondern mal auf die Ästhetik eines solchen Unwetters. Schauen Sie mal, das ist die Gewitterfront beim Anrücken in der Nähe von Ingolstadt gewesen. Hier hinten der Regen, hier vorne die sogenannte Wallcloud, da gibt es dann die kräftigsten Böen. Da drüber die sogenannte Shelfcloud, das ist das, was Sie hier sehen. Und ganz oben drüber, bis nach vorne rausragend, der Amboss dieser Gewitterwolke. Also Ästhetik eines Unwetters pur.